In Deutschland beschweren sich ziemlich viele Frauen darüber, dass sie auf der Straße kaum ihre Ruhe haben. Immer wieder werden sie angemacht. Auch Jennifer Sarro ist da keine Ausnahme. Momentan ist die Influencerin in den USA unterwegs. Ein wenig Abschalten ist angesagt. Aber die Fans dürfen sie bei all den Aktivitäten begleiten. Denn die Kamera ist immer mit dabei. Eins bemerkt die hübsche Influencerin sofort. In den USA wird sie viel öfter angesprochen als in Deutschland. Doch scheinbar scheint es sie nicht zu stören. Teilweise findet sie es sogar richtig schön, nett angemacht zu werden. Ein Autofahrer fährt sogar rückwärts und hält vor ihr an, um ihr zu sagen, wie wunderschön sie sei. In Deutschland betont sie, wäre sowas undenkbar. Egal wo sie unterwegs ist, alle sind nett und machen sie darauf aufmerksam, was für eine wunderbare Ausstrahlung sie doch hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020